Willkommen zum Programmkurs Simulate. Hierbei handelt es sich um ein Simulationstool, das wunderbar geeignet ist für einfache Simulationen. Ich klicke mal hier drauf. Das müssen Sie auf Ihrem Rechner installiert haben, bevor Sie mit diesem Programm arbeiten. Es gibt einmal die Professional Version und die Educational Version. Die unterscheiden sich dadurch, dass in der Educational Version manche Dinge reduziert sind, insbesondere im Hinblick auf die verfügbaren Bibliotheken. Aber ansonsten ist sie der Professional von der Leistung her natürlich vergleichbar. Wenn Sie den Bildschirm öffnen, sehen Sie hier Simulate 2019 und Sie können erkennen, dass Sie hier einmal Ihre Projekte, die Sie vielleicht schon gemacht haben, hier sehen können. Dann haben Sie hier die Möglichkeit, neue Projekte zu öffnen und Sie haben hier eine Bibliothek von Examples. Aber wir wollen ja ein ganz neues Projekt eröffnen und demzufolge gehen wir gleich und schließen diesen Bereich. Und wir gehen Stück für Stück durch dieses Programm durch. Fangen wir mal damit an, dass wir uns erstmal überhaupt einen Überblick verschaffen über dieses Programm. Was sind die wichtigsten Bereiche? Sie haben einmal hier diesen Bereich. Das ist der wichtigste Bereich. Das sind die Building Blocks. Wir werden nachher damit beginnen, einen Startpoint zu definieren, dann eine Query, dann eine Activity und ein End. Das ist typisch für Simulate. Wir haben immer einen Start, eine Warteschlange dazwischen, eine Aktivität und ein Ende. Und die verbinden wir nachher noch mit Pfeilen, damit man auch die Beziehung erkennen kann. Dann haben Sie hier noch Resources. Das wird für Sie im ersten Angang mal nicht relevant sein. Aber es sei bereits an dieser Stelle entwähnt, dass man natürlich Resources einsetzen kann. Dann können Sie hier unten öffnen diese Rubrik. Dort haben Sie nochmal Advanced Building Blocks. Sie haben einmal zur Visualisierung Tanks und Sie können auch die Pfeile editieren. Aber das ist jetzt nichts weltbewegendes. In der Professional Version haben Sie deutlich mehr Optionen. Deswegen will ich hier auch gar nicht weiter darauf eingehen. Ich schließe den einfach wieder. Was interessanter ist, ist wenn Sie Wertstromanalysen umsetzen wollen, dann haben Sie hier noch die Value Stream Mapping Optionen. Das ist ganz schön. Das kann man auch ganz gut nutzen. Damit werden wir uns in diesem Video zwar nicht beschäftigen, aber vielleicht in einem späteren. Hier sei es aber schon mal erwähnt, es ist also eine einfache Option, die Sie nutzen können. Wir schließen das jetzt wieder und gehen zurück in unsere Building Blocks, weil mit denen werden wir uns hauptsächlich beschäftigen. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Software als solches. Sie haben verschiedene Bereiche. Wir sind jetzt in dem Bereich Home. Da haben Sie den Basisbildschirm hier. Den können Sie hier sehen. Sehr schön. Dort werden wir alle Aktivitäten abbilden. Dann haben Sie hier, wie Sie sehen können, in diesem Home-Bereich diesen Bereich, wo Sie die Animation bzw. hier in diesem Fall Simulation starten können. Diesen Startbereich haben Sie aber auch hier oben nochmal. Das wird man ab und an brauchen, wenn man bestimmte Bereiche ausblendet. Dann ist das hier oben ganz hilfreich. Aber für den Anfang werden wir uns hier mit bedienen und dann ist das gut. Dann haben wir hier oben nochmal diese 8 Simulate. Das ist der Simulationsassistent. Hier können Sie auch immer ganz gut sehen, ob die Simulation noch sich in Arbeit befindet. Dann haben Sie den Undo-Button. Wenn Sie mal was falsch gemacht haben, können Sie Undo hier aktivieren. Und dann haben wir schon hier die oberen Bereiche gut erklärt. Sie haben hier ein Button. Das ist so eine Trial-Simulation, die wir nachher auch einsetzen werden. Das ist, wenn Sie jetzt mal eine Simulation durchlaufen lassen, dann können Sie hier nochmal ein Trial machen. Dann haben Sie hier den Result-Manager. Der ist wichtig, um Ihre Ergebnisse aus Ihrer Untersuchung nachher darzustellen. Zum Beispiel ein Warteschlangenproblem und gucken, wie haben sich denn die Warteschlangen entwickelt. Grafisch dargestellt, das macht Ihnen der Result-Manager. Das beides dürfen wir noch überspringen. Dann haben Sie die Export-Funktion, wenn Sie Ihre Ergebnisse irgendwo hin exportieren wollen. Bestimmte Files, zum Beispiel Excel, können Sie das nutzen. Wenn Sie es publizieren, sharen möchten, in die Cloud bietet sich diese Option an. Das ist aber für die meisten von uns jetzt nicht vom vordergründigen Interesse. Was interessant ist, ist hier, dass die Simulation ein Income-Statement liefert. Das heißt, Sie haben hier die Option, dass Sie neben der Wartezeit, die Sie ermitteln vielleicht, oder in der Rahmen der Wertstromanalyse ein Ergebnis ermitteln. Dass Sie hier aber auch noch die finanzielle Seite abbilden können. Was kostet Sie das? Das finde ich jetzt sehr schön und das ist von daher ganz gut gemacht. Und es ist auch recht einfach umzusetzen. Dann Cost by Worktime, das wird Sie eher später interessieren. Duplication Wizard ist wichtig, um nachher ganze Prozessketten vielleicht oder Warteschlangen zu kopieren. Für Moment im Moment ausgegraut, weil wir keine aktuelle Warteschlange haben oder irgendetwas, was wir duplizieren wollen. Dann haben Sie hier noch Cut, Paste, Find and Copy. Das sind ja klassische Funktionen, die man auch aus Word kennt. Und dann hat man schon, sagen wir mal, diesen wichtigen Button Home hier erklärt. Die Software bietet aber noch mehr an. Wir haben einerseits dann Data and Rules. Da haben Sie die Einstellungen für die Zeit. Die werden wir nachher brauchen gegebenenfalls, wenn wir bestimmte Zeiten für unser Projekt einstellen wollen. Sie sehen hier haben Seconds, Minutes, Hours or Days. Und in der Regel lässt man das so, wie es ist. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Prozess haben, der Sekunden- oder Stundenorientiert ist, dann ändern Sie halt von Hours auf Days oder was auch immer. Sie bestätigen mit OK oder Cancel, wenn Sie das nicht machen möchten. Dann haben Sie hier unten noch weitere Einstellungen. Wenn Sie sagen wollen, zum Beispiel meine Woche hat fünf Tage oder sieben Tage. Das können Sie hier einstellen. Dann haben Sie die Startzeit, wann Ihre Simulation starten soll. Und die Dauer per Tag. Wir haben hier eingestellt, morgens um neun soll die Simulation starten. Und zwar Start Time Each Day, ab neun Uhr. Und wir sagen, ein Tag hat acht Stunden. Das sind Standardeinstellungen, die bereits hier existieren. Die würde ich nicht verändern. Insofern würde ich alles hier so lassen, wie es ist. Und fertig. Und wenn Sie was anderes haben, dann stellen Sie es sich halt ein. Sie haben natürlich eine Kalenderfunktion. Wir haben heute den 4.01.2021. Können Sie natürlich irgendein anderes Datum festlegen. Sie haben hier die Option Shifts. Das ist für Sie wahrscheinlich erstmal nicht so interessant. Aber Sie könnten es einstellen. Labels darf ich mal überspringen. Das ist eher was für Fortgeschrittene. Distribution. Da haben Sie dann die verschiedenen Verteilungsfunktionen. Die werden wir nachher direkt selber einstellen. Wir können auch eine Verteilungsfunktion selber generieren. Für die zeitlichen Verläufe. Ist aber für uns erstmal uninteressant. Spreadsheet. Ganz schön gemacht. Sie können hier Ihre Daten auch darstellen. In einem Spreadsheet. Und die nachher auch exportieren. Zum Beispiel in Excel. Also auch ganz nett. Information Store. Na ja. Ich habe das in der Regel erstmal noch nicht benutzt. Dann haben Sie Object Type. Groups. Resource Matrix. Resource Schedule. Schedule Maintenance. Quick Build. Das sind Dinge, die Sie später brauchen. wenn Sie doch schon sehr stark fortgeschritten sind in dem Umgang mit dieser Software. Von daher darf ich die erstmal weglassen. Genauso wie Travel Matrix. Job Matrix. Cycle Matrix. Overheads. Das sind alles Dinge, die wenn Sie eine kostenseitige Betrachtung machen, dann besonders zum Tragen kommen. Sie haben auch die Möglichkeit, sich mit Excel zu verbinden und SQL zu nutzen. Und als Script Sprache, was ich auch ganz schön fand, ist hier R hinterlegt. Also von daher eine ganze Menge an Optionen, die Sie haben. Dann gehen wir mal hier weiter. Insert. Wenn es Ihnen danach ist, können Sie zum Beispiel ein Image hier in den Background hinterlegen. Und Sie haben hier auch eine Image List. Also eine Liste von Möglichkeiten. Ich denke mal, wir werden den Bildschirm so weiß belassen, wie er ist. Für die Videodarstellung ganz schön. Aber wie gesagt, Sie können hier Ihre Images selber reinlegen. Wenn Sie zum Beispiel ein Layout haben von einer Produktionsanlage und darauf Ihre Simulation legen wollen, dann ist das durchaus hilfreich. Textblock hier können Sie natürlich einführen. Sie können Annotations, also Hinweise einfügen. Sie haben Charts und Tables. Also da haben Sie eine ganze Menge von Möglichkeiten. Slider, Buttons. Sie können das also interaktiv auch Ihre Oberfläche gestalten. Aber all das ist für so eine Einstiegsveranstaltung jetzt erstmal zu viel. Und dann die Simulationseigenschaften würde ich so belassen. Dialoge und Command Menü würde ich alles so lassen. Würde ich erstmal nichts ändern. Dann haben Sie den View. Dort können Sie bestimmte Dinge einstellen. Objektstatus, naja, wenn man es will. Das habe ich noch nicht benutzt. Was vielleicht ganz sinnvoll ist, ist ein Lineal sich mal anzeigen zu lassen. Das könnte man machen, wenn man es will. Das würde dann angezeigt werden. Sie können auch hier zum Beispiel ein Vergrößerungsglas nutzen, wenn Sie das wollen. Sie können aber auch hier so ein Pad einbauen. Vielleicht ganz nett. Sie können auch hier Quick Launches einbauen. Aber auch das, hier hätten Sie jetzt die Finanzzahlen zum Beispiel. Wer will, mag es tun. Ich habe da jetzt nicht so die Liebe für empfunden. Dann Clear Display, wenn Sie mal den Bildschirm wieder alles weg machen möchten. Und so haben Sie eine ganze Menge weiterer Einstellungsmöglichkeiten. Wie gesagt, für den Anfang auch wiederum nicht so wichtig, als dass wir da jetzt im Detail einsteigen müssten. Vergrößerung, Zoom haben Sie natürlich hier unten. Da können Sie viel einfacher das machen, als wenn Sie jetzt da oben hingehen. Also von daher auch ganz gut. Also das ist die Übersicht, also der View, die Ansicht, die Sie ändern können. Dann haben Sie Visual Logic. Da können Sie an der Logik Ihrer Simulation arbeiten. Aber das würde ich jetzt auch erstmal lassen. Lassen Sie es erstmal so, wie es eingestellt ist. Dann Advanced. Hier haben Sie noch mal ein paar weitere Einstellungsmöglichkeiten. Aber das Wort sagt schon Advanced. Würde ich jetzt für den Anfang nicht nutzen wollen. Und dann haben wir noch die Help-Funktion. Da haben Sie ein Quick Guide. Das, was Sie im Internet finden. Ein paar Einstiegsvideos. Und ja, das war es aber dann schon. Vielleicht die Examples sind ganz nett. Aber dann haben Sie die wichtigsten Funktionen jetzt hier gesehen. Das ist das, was man zur Oberfläche sagen kann, sollte. Aber wir werden uns hauptsächlich in der Home-Oberfläche bewegen, weil das ist am einfachsten. Und jetzt würde ich sagen, beginnen wir einfach und fangen mal an, die Simulation einfach aufzubauen. Wir machen eine ganz simple Darstellung. Stellen Sie sich mal folgendes Beispiel vor. Wir sind in einem Supermarkt. Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Und wir haben dort eine Schlange. Wir haben einen Eingang. Wir haben eine Schlange. Wir haben eine Kasse. Und natürlich haben wir irgendwann auch einen Ausgang. Das heißt, ich wiederhole nochmal. Wir haben einen Eingangsbereich. Wir haben eine Schlange, die steht dann vor der Kasse. Dann haben wir die Kasse als solches. Und wir haben einen Ausgang. Und das wollen wir einfach mal abbilden. Und deswegen beginnen wir mal hier mit dem Start-Point. Sie können hier Doppelklick machen. Und dann hat man den hier direkt drin. Und dann ziehen Sie den Point hier einfach rein. Und damit haben Sie Ihren Start-Point definiert. So. In diesem Start-Point können Sie jetzt schon mal gleich, wenn Sie möchten, Ihre Daten eintragen, die Ihnen wichtig erscheinen. Und wir machen das einfach mal so. Wir sagen mal, wir tragen da schon mal unsere Daten ein, die wir für unser Beispiel wählen wollen. Wenn Sie das wollen, dann nehmen Sie einen Rechtsklick. Dann kriegen Sie Properties, Eigenschaften. Dann draufklicken und dann sehen Sie dieses Fenster. In dieses Fenster können Sie jetzt Eintragung vollziehen. Wir tragen mal ein. Unser Beispiel ist ja, wir wollen einen Eingang. Also Eingang Supermarkt. Damit ich Supermarkt nicht immer schreiben muss, schreibe ich mal Market. 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 Also Eingang Market. Dann wissen wir, wir sind also in unserem Eingangsbereich vom Markt. Und jetzt haben wir eine Fragestellung, die sich stellt. Und zwar, wir haben dort natürlich Personen, die in diesen Markt eintreten. Und wir müssen uns fragen, können wir dazu was sagen? Wie viele Personen denn dort sind? Und kann man da etwas sagen, wie oft da jemand zum Beispiel kommt? Und wir sagen mal, die Ankunftszeiten. Die Leute haben, wenn sie in den Markt kommen, Richtung Kasse. Da haben wir mal alle fünf Minuten. Da sehen Sie, hier oben steht Minuten dran. Wir sagen also, alle fünf Minuten kommt einer rein. Und wir sagen, die Verteilungsfunktion. Da haben wir logarithmische Funktionen. Wir haben hier Uniform. Wir haben normal verteilt. Durchschnitt. Average. Da haben wir also alles mögliche an Verteilungsfunktionen, die hier auftreten könnten. Und wir sagen mal, wir hätten eine Exponentialfunktion. Und das können Sie aber selber entscheiden, aufgrund der Erfahrungen, die Sie dort sagen. Wir sagen, wir haben eine Exponentialfunktion. Damit haben wir die Entscheidung getroffen. Im Übrigen sehen Sie immer, Sie kriegen dann auch ein Hilfefenster geöffnet. Wenn Sie Fragen haben, wie jetzt zum Beispiel, ist das jetzt offen. Was müssen wir noch machen? Wir müssen eigentlich nicht mehr viel machen, weil wir wollen es ja simpel gestalten. Wir wollen noch auf Graphics klicken. Und hier auf Title. Und sagen, dass er uns den Titel, nämlich Eingang Supermarkt, auch zeigen soll. Die Daten, die hier sind, Position and Wrap, das würde ich nicht ändern lassen. Lassen Sie es einfach erstmal so, wie es ist. Bestätigen wir mit OK. Bestätigen wir nochmal mit OK. Und dann bestätigen wir das insgesamt mit OK. Und dann sehen Sie, haben wir Eingang Market definiert. Und haben schon den ersten Schritt vollzogen. Wir haben ja gesagt, es ist klassisch bei Simulate. Es beginnt mit einem Start. Das ist also unser Eingangsbereich zum Beispiel. Und dann kommt natürlich irgendwie so eine komische Schlange. Wir gehen mal von einer Warteschlange aus. Wir klicken. Und Sie sehen, er verbindet selber bereits. Das ist ganz komfortabel. Und wir müssen jetzt nur noch unseren Rechtsklick machen und die Eigenschaften hier definieren. Und wir definieren das mal jetzt hier diesen Bereich als Schlange. Market. Das heißt, wir sagen, es bildet sich jetzt eine Schlange. Und ja, dann können wir noch sagen, wir wollen folgendes haben. Also wir definieren keine spezielle Kapazität. Das haben wir ja bereits gemacht, indem wir sagen, es kommt alle fünf Minuten eine Person. Da müssen wir jetzt hier nichts mehr machen. Wir priorisieren auch hier erstmal noch nicht, weil dazu müssen wir spezielle Labels definieren. Lassen wir alles weg. Aber was wir machen, wir sagen, wir wollen wieder Graphics klicken und wir wollen hier etwas haben. Wir wollen das grafisch dargestellt haben, so als ein Tank, der sich auffüllt und abfüllt. Das heißt, die Schlange schwillt an oder sinkt wieder ab. Und das wollen wir mit so einem Tank darstellen. Also der läuft dann voll und läuft wieder aus. Das ist wie so ein Eimer Wasser in dem, was rauf und runter läuft. Also voll läuft, überläuft oder wieder abläuft. Also das jetzt nur rein zur optischen Darstellung. Mehr müssen wir gar nicht tun. Und bestätigen wir mit OK. Dann bestätigen wir auch hier nochmal mit OK. Und haben unsere Simulation in diesem Bereich erledigt. Damit gehen wir in den nächsten Bereich, nämlich Activity. Und schon wieder führen wir hier eine Aktivität ein. Und Sie sehen, wunderbar, klappt. Und wir haben hier etwas angegeben, nämlich ein Activity. Da gehen wir jetzt auch mal wieder in die Eigenschaften rein. Und wollen bei den Eigenschaften etwas festlegen. Und zwar, wir wollen sagen, naja, wir nennen das erstmal Kasse. Und wir wollen sagen, Bearbeitungszeit an der Kasse, sagen wir mal, ist vier Minuten. Wir geben also vier Minuten vor. Wir sagen, die Verteilung ist auch hier wieder Exponentialfunktion. Und dann können wir sagen, Graphics, wenn wir noch wollen. Da haben wir den Titel festgelegt. Das ist OK. Da müssen wir eigentlich gar nichts mehr machen. Bestätigen wir mit OK. Und schon steht Kasse dran. Ja, und dann gehen wir in den letzten Bereich, nämlich End. Denn irgendwann verlässt uns ja jemand auch wieder. Ne, sprich, unser Laden wird irgendwann auch mal wieder leer. So, dann tragen wir da mal ein, oben den Begriff, ja, was wollen wir sagen, Ausgang. Also die Leute gehen raus. Wir machen dann, haben den Namen damit definiert. Und wir wollen jetzt aber noch etwas hier weiter fassen. Diese Zahl wird brauchen Sie nicht korrigieren. Das ist so ein Abbruchkriterium. Das lassen Sie einfach so, wie es ist. Wir gehen in Graphics, gucken uns an, ob wir hier noch irgendwas einstellen wollen. Wir sagen, ist alles OK. Die Frage ist, müssen wir noch irgendwas einstellen? Ist noch irgendwas zu klären? Wir gucken mal Results an. Nein, ist im Moment auch noch nichts. Dann sagen wir einfach, ja, das scheint uns jetzt sinnvoll. Wobei, wenn wir noch mal gucken. Results. Ja, hier haben wir vielleicht schon mal, sieht man schon mal etwas. Time Limit. Wir sagen, wir können hier ein Zeit Limit vorgeben und sagen, OK, nach wie vielen Minuten, wie viele Personen draußen sind. Und was wünschen wir uns? Und was wünschen wir uns? Hier ist jetzt gesagt, nach 10 Minuten, wie viel Prozent sind dann der Kunden raus? Ich sage mal, ich will es wissen. Nach 5 Minuten können Sie einstellen. Und dann sagen wir, wir wollen wissen, wie viele Leute in einem Zeitfenster von 5 Minuten fertig sind. Wir können es aber auch bei 10 Minuten belassen. Ich sage mal, ach, lassen wir es doch bei 10 Minuten. Gucken wir mal, was rauskommt und nachher können wir es ja ändern. Aber wie gesagt, das können Sie selber einstellen. Wir bestätigen mit OK. So, dann haben wir jetzt schon viel geschafft. Jetzt sehen Sie noch Schlange Market. Da kommt nachher noch etwas. Da sehen Sie, wenn Sie draufklicken, kommt auch schon die Bezeichnung. Aber hier oben wird nachher der Ablauf der Produkte sein. Deswegen steht hier oben 0 und hier stehen dann nachher Zahlen. Von daher lassen wir es mal so, wie es dort dargestellt ist. Dann haben wir noch etwas zum Thema Einstellungen. Und zwar, wir können jetzt noch die Einstellungen betrachten unserer Uhr. Und zwar Clock Properties. Die müssen wir gegebenenfalls einstellen. Und zwar, wir haben Minuten, das passt schon. Wir haben Stunden und Hours brauchen wir nicht. Wir sagen eigentlich, alles ist hier Simple Unit Count from Zero. Das klickt man an. Das macht durchaus Sinn. Wir können es aber auch weglassen und sagen, nö, das machen wir nicht. Dann machen wir Cancel. Oder wir sagen, wir wollen das. Wir gehen also wieder rauf. Clock Priorities. Da wir schon Minutes angegeben haben, müssen wir da eigentlich gar nichts machen. Also lassen wir es einfach so, wie es ist in Minutes. Dann sehen wir nämlich nachher auch dort die Uhr. Würden wir jetzt Simple Unit Counts angeben, dann würden wir hier oben eine Anzeige von Einheiten bekommen, statt Zeitangaben. Also besser ist, alles so lassen, wie es ist. Dann haben wir noch Warm Up Period. Brauchen wir eine Zeit zum Warmwerden, bevor wir die Dinge dort starten an den entsprechenden Stationen? Nein, wollen wir nicht. Wir lassen das. Ist okay. Mit 0 Sekunden. Dann steht hier noch etwas Result Collection Period. Und dort geben wir mal ein folgendes. Simulation Time Units. Und wir wollen die Simulation laufen lassen 5000 Minuten lang. Und wollen gucken, was dann dabei rauskommt. Also. Und wenn Sie wollen, dass es noch ein Beep gibt, damit Sie hören, wann die Simulation fertig ist, dann können Sie da das Kreuz machen. Ich will es nicht. Deswegen machen wir jetzt hier OK. Und bestätigen mit OK. Und dann haben wir unsere Simulation dargestellt. Und jetzt liegt es an Ihnen. Ich würde Ihnen empfehlen, mal die Simulation zu speichern. Wir wollen sie mal speichern. Mal klicken Sie auf File und Save As. Und dann nennen wir sie mal Video 1. Und dann speichern wir sie. Und damit haben wir die Datei gespeichert. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben oder alles falsch, dann werden wir es gleich sehen. Wir gehen wieder auf Home zurück. So. Jetzt sind wir auf Home. Sie sehen, dort sind jetzt schon die 5000 Minuten eingetragen. Den Speed setzen wir mal hoch, weil wir wollen ja relativ schnell durchgehen, wenn die Simulation läuft. Und wenn alles gut ist, dann läuft sie jetzt, wenn sie auf Run gehen. Und Sie sehen, unsere Simulation läuft. Sie läuft relativ schnell. Wir sind schon durch. Wir haben knapp 9000 Personen durchgeschleust. Das überrascht uns auch nicht. Wir haben ja 5000 Minuten gehabt. Und haben 5 Minuten als Annahme gehabt, dass alle 5 Minuten einer kommt. Also sind ungefähr 1000 Personen durchgeschleust worden hier. Das sieht also schon mal gut aus. Jetzt gucken wir uns an, was wir aber haben als Result. Fangen wir mal an. Sie können sich jetzt die Results anschauen. Und zwar, Sie können jetzt folgendes machen. Sie gehen auf die einzelnen Objekte und gehen dann hier. Dort haben Sie Start Point und dann Properties, Additional and Graphics. Wenn Sie jetzt hier auf Results gehen, dann sehen Sie erste Ergebnisse. Wir sehen Eingang Market 990. Items in unserem Fall Personen durch. Number of Worked Items lost 0. Also 990 sind durch. Okay. Wir sehen, 981 sind aber nur angekommen. Naja, das liegt daran, dass noch paar zwischendurch hier drin sind. Da sind noch hier einer. Sieben drin. Hier ist noch einer drin. Und dann kommen wir auf 990. Also einer steckt noch irgendwo wahrscheinlich in der Kasse. Aber das ist uns egal. Erledigt. Damit haben wir mal so den ehesten Eindruck gewonnen. Jetzt gucken wir uns mal an, was ist denn hier los. Und zwar klicken wir hier ebenfalls drauf und gehen wieder nach oben und können uns die Results anschauen. Jetzt gucken wir mal, was hierbei rausgekommen ist. Und dann sehen wir, ja, 990 sind durch. Aktuell sind noch 7 drin. Average Time 3,34. Also relativ schnell. Maximum Zeit 20. Das heißt, also durch diese Schlange, da haben welche bis zu 20 Minuten gestanden. Das ist also schon eine ganze Menge. Und Average waren aber 3,34. Wir gucken uns noch mal das an. Und zwar, das sind die Number of Work Items. Das heißt, das sind die Personen. Und jetzt gucken wir uns die Zeiten an. Und da sehen Sie. Average Time 16,91. Maximum 93,98. Und Standardabweichung 18,61. Und das heißt, unsere Zeitvorgabe, dass innerhalb von 10 Minuten, die da durch sind, durch unsere Schlange, das haben nur 49 Prozent der Personen geschafft. Innerhalb dieses Limits, was wir vorgegeben haben. Naja, das ist jetzt nicht sonderlich gut. Kein gutes Ergebnis. Dann gucken wir uns mal die nächste Rubrik an. Unsere Kasse. Gucken wir uns mal an, was wir dort haben. Additional Graphics und Properties. Dort können Sie immer hin und her klicken. Jetzt sehen Sie hier wieder unsere Results. Und da sehen wir. Einer ist noch in der Aktivität. Average war 0,91. Also 0,81. Entschuldigung. Maximum war einer. Klar, kann auch nicht sein. Anders sein. Completed war 982. Und wir sehen, das ist interessant jetzt hier. Percentage of time. Awaiting time of work and working. Das heißt, zu 80 Prozent hat die Kasse voll gearbeitet. Die waren also voll beschäftigt. Und nur zu 19,36 Prozent hatten sie Wartezeiten. Also diese Kasse, da ist Stress. Sie können sich das auch noch mal hier anschauen. Wenn man das Bild hier klickt, dann sieht man auch hier noch mal. Kann man sich das anschauen. Waiting and working. Und das ist ein gutes Ergebnis. Also da kann man nicht meckern. So, das muss man dann wieder schließen. Und dann gucken wir uns noch mal die Results an. Und da ist er. Da öffnen wir ihn wieder. So, und das ist schon mal ganz gut. Und wenn Sie wollen, dann haben Sie das auch hier nachher. Add the all percentage of time results to summary. Wir könnten jetzt das zu einem Summary hinzuaddieren. Ob Sie das jetzt wollen, das überlasse ich Ihnen. Ich will es jetzt mal nicht. Ich bestätige mit OK. Und gehe jetzt mal in den nächsten Bereich hinein. Und gucke mir an. Einmal die Results am Ausgang. Was ist denn am Ausgang los? Ja, rausgekriegt haben wir 981 completed. Da sehen Sie Time and System. 1,79 bis Average 22,79. Maximum 99,58. Standardabweichung 18,88. Nur 30% haben wir hier also durchgekriegt. In der Zeit Time Limit, was ich vorgegeben hatte, von 10 Minuten. Das ist nicht sonderlich gut. Wenn wir uns dieses Zeit Limit als wichtig erachtet haben. Und sagten, das wollten wir erreichen. Also hier wüssten wir jetzt, haben wir Room 4 Improvement. Und das ist eigentlich ganz schön zu sehen. Man kann sich das auch jetzt nochmal hier anschauen. Indem Sie draufklicken und dann tatsächlich hier hochziehen. Können Sie sich ein bisschen größer ziehen. Dann sehen Sie auch hier nochmal so die Verteilung. Und dann sehen Sie, ja, das ist schon, ja, auffällig. Also nur wenige haben diese 10% Time 10 Minuten. Und dann wird die Zeit größer, größer, größer. Die Kurve flählt dann ab. Es sind zwar nur wenige mit 90 oder 80 Minuten. Aber kein, kein sonderlich, sag mal, erfrischendes Ergebnis. Das haben wir uns sicherlich so nicht gewünscht. Was können wir jetzt noch tun? Finance werden wir nachher betrachten. Dahin können wir nachher Daten hinterlegen. Aber das machen wir in einem späteren Timeslot. Jetzt gehen wir nochmal auf Home. Und dann können Sie nochmal diesen Bereich Run and Trial. Da können Sie sich da im Grunde nochmal was aussuchen. Das machen wir gleich. Und wir gucken uns einmal aber, das haben wir noch nicht gemacht, den Result Manager an. Und dann sehen Sie, der Result Manager ist momentan noch leer. Und da machen wir jetzt mal ein Run Trial. Das heißt, wir lassen den mal laufen. Und jetzt hat er für uns ein Ergebnis rausbekommen. Und das gucken wir uns an. Mit diesem Run Trial, wir haben also jetzt mal das durchlaufen lassen. Wir hatten ja die Simulation und haben jetzt die Daten durch diesen Run Trial übertragen in unseren Result Manager. Und wir sehen zum Beispiel für den Ausgang unsere Werte. Und da sehen wir Average Time im System. Und dann sehen Sie, ja, dieser Wert von 23,65 Average Result. Der liegt zwischen dem Maximal und dem Minimal Range als Mittelwert dazwischen. Ja, KPI History haben wir noch nicht. Aber dann haben Sie mal so einen ersten Eindruck davon, was wir jetzt haben. Wenn ich jetzt das OK bestätige und einen weiteren Run Trial mache, dann gucken wir mal. Und da kommt natürlich auch nichts anderes bei raus. Und wir haben jetzt einen zweiten Trial gemacht. Und Sie sehen, naja, welche Überraschung der ist natürlich auch identisch. Gut. Also mit OK bestätigen. Und somit haben wir jetzt mal in diesem oder über diesen einfachen Weg gesehen, wie man mit simplen Maßnahmen hier eine Simulation durchführen kann. und dass Sie damit eigentlich, ja, recht gut die Sache hier dargestellt bekommen von dem Softwarepaket Simulate. Ja, vielen Dank erst einmal für diesen Teil. Wir werden dann im nächsten Teil an diesem Beispiel weiterarbeiten und dieses dann umsetzen mit Modifikationen und schauen uns an, was wir noch daraus alles machen können. Also vielen Dank und bis zum nächsten Teil.